Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Willfried, hier vorne gibt es Schlüpfer für alte Männer. Erstmal einen Böller an Zahn, wa? Du musst auch mal wieder zum Lockenschloss, wenn ich mir das Gelöte auf deiner Matte mal angucke, du. Diese Wabe auf dem Kopf. Ich bin so glücklich in die Filme. Hier gibt es keine frischen Hühnereier. Moin ich aus meinem Kameramon. Man nennt mich aus Speedididi. Mein Butterkuch. Man weiß nicht, ob man wieder runterkommt. Und alles, was da in den Boxen sitzt, war dann hier überall hingeschmissen. Du, dann nehmen wir nur so auf Spaß, bitte. Die Kinderkrise, warum soll nicht einmal was funktionieren? Auf Spaß? Wovor die Heide lang? Wohin gleich, dass die körperlich spürtlich bewegen. Das ist alles auf der Hüfte gekommen. Du, du machst nicht so gerne. Aber wir können ja vielleicht mit dem Fahrrad da hinfahren. Robin, du machst auch eine Wissenschaft raus. Ich will doch nur Fußball gucken. Ja, ich will das perfekte Fußballerlebnis für dich haben. Ja, ja, dann komm. Apikaloppi, sonst Wilfried auch böse, ne? Ja, ich werde gleich im Dill. Die Instagram-Welt soll jetzt wissen, was ich dir beigebracht habe. Das, körperlich, äh, hoss, 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 hoss. Por favor. Wenn du verloren gehst und die fragen, wer du bist, was sollst du sagen? Ich bin hoch. Also, zählen. Eins. Uno. Zwei. Uno, uno. Drei. Uno, uno, uno. Drei. 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 Bis zum nächsten Mal.